Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds und Tag Christian und Tag und Willkommen zur allerersten Folge Reingeguckt im Jahr 2023. Aber Markus, Mori Turi Te Salutant. Salve Discipulus. Ja, hast du gedacht, jetzt kommst du mit Latein und weißt nicht, wovon ich rede, ne? Richtig, richtig. So viel Latein kann ich nicht. Ich habe es ja nie gelernt, sagen wir es mal so, außer in Asterix Comics. Ja, ich habe es gelernt und ich weiß auch nicht mehr. Das ist schlecht. Ja, ich habe dich quasi gerade nur als Schüler begrüßt. Ja, von mir aus natürlich auch nochmal Tag Nerds, hallo Markus und ja, willkommen bei der ersten Folge Reingeguckt in 2023. Wie gewohnt bei Reingeguckt dürft ihr euch jetzt mit dem Finger ein Kreuz auf eure Schulter malen und euch selbst boxen. Genau. Also nicht, dass wir jetzt zu Gewalt aufrufen würden, aber wer reingeguckt hat, ihr kennt die Regeln, Leute, wir machen sie nicht. Und bitte die Schmerzensschreie dann an mich schicken. Genau, also ihr könnt das tatsächlich auch über unser WhatsApp, ja, könnt ihr euch das tatsächlich zu Gemüte führen. Also wenn ihr euch selbst boxt, könnt ihr euch uns das als Voice-Nachricht schicken. Egal, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über Thermae, Romae, Novae oder Thermae, Romae, Novae. Je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Ja. Und zwar, wir haben es in unserer Themensammelliste, haben wir es einfach kurz gefasst als Thermenanime. Genau. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Genau. Und zwar ein Anime, den wir auf Netflix entdeckt haben vor einer ganzen Weile schon mal und wir dachten uns, das sieht ja irgendwie ganz nett aus, irgendwie ganz interessant, wird wahrscheinlich unterhalb des Radars von vielen fliegen, weil es jetzt kein bekannter Name ist, jetzt auch nicht so der eingängige Name. Und da haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal rein. Und das haben wir getan. Ja. Und so eben ja gerade frisch die dritte Folge beendet. und schwimmen jetzt mal hier durch das heiße Quellwasser und machen es uns gemütlich. Genau. Lassen den Ländenschurz Ländenschurz sein und genießen einfach mal das heiße Wasser. Also stilecht hätte man es jetzt ja eigentlich wirklich irgendwie in so einer heißen Badewanne aufnehmen müssen. Ah, wir machen einen Hot Tub Podcast. Schade, dass mir das jetzt erst eingefallen ist. Das wäre geil. Mitten in der Folge einfach plötzlich so ein Plätschern irgendwie. Und man denkt so, hä? Schade. Ah, nicht richtig geschaltet. Mist. Ja gut, wenn du jetzt dich zum Beispiel einnässt, dann hast du zumindest das Plätschern. Ja, warm ist es auch, aber das hat glaube ich nicht dieselbe Qualität wie heißes Quellwasser. Möglicherweise nicht. Aber es soll desinfizieren. Gut, zurück zum Anime. Aktuell gibt es von TRN, wie ich es jetzt einfach kurz nenne, eine Staffel mit elf Folgen mit roundabout 25 Minuten Folgenlänge. Also relativ kurz und relativ knackig, aber nicht ganz so kurz und knackig wie zum Beispiel ein Yakuza Ghost Houseman. Kann es übrigens auch eine zweite Staffel gibt, lieber Christian. Oh ja. Ganz frisch. Da müssen wir, glaube ich, nochmal rein snacken. Das war nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Das ist, also das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen können und darüber sprechen, ob wir uns das zusammen anschauen wollen. Ja, gerne. Na gut, das allererste, was ich zu diesem Anime, zu den ersten drei Folgen zu sagen habe, ist, dass ich, und das hat mich ja bei dem Trailer damals schon so neugierig gemacht, dass ich dieses Setting einfach total interessant finde. Also das Kernkonzept ist ja, dieser Römer Lucius ist in einer heißen Quelle, in einem Badehaus im alten Rom sozusagen und plötzlich ist er durch einen Wasserstrudel, was auch immer, im modernen Japan angekommen und stellt so fest, huch, hier sehen alle ganz anders aus, aber die haben irgendwie tolle Technologie und ist er plötzlich wieder zurück bei sich in seiner Zeit und Kernkonzept ist ja quasi, dass er die Ideen aus der modernen Zeit mitnimmt, um die Badehäuser in seiner Zeit so zu gestalten, dass seine Badehäuser einfach der absolute Shit sind. Ja, quasi der Community-Hype in Rom. Genau. Und dieses Setting an sich, also Anime um Badehäuser herumzubauen, finde ich schon sehr weird. Ja, definitiv, also es ist definitiv mal was ganz anderes. Weißt du, und da dann noch so ein Zeitreise-Subplot irgendwie mit einzubauen oder so als Kernmechanik des Ganzen, damit die Idee aufgeht, es ist halt irgendwie weird. Ich hoffe, sie klären es auf, warum er von Rom nach Japan kommt. Ich hoffe, da gibt es irgendwie noch eine logische Connection oder so. Ich glaube, aber das wird so ein bisschen unterm Radar laufen, einfach weil es zwei Kulturen sind, Waren, die eine sehr ausgeprägte Badekultur haben, sage ich mal. Aber es würde mich interessieren, ob da noch eine Auflösung kommt. Aber ich weiß nicht, ich habe den Trailer damals ja gesehen und dachte mir, hier, Christian, guck dir das mal an, bitte. Was ist das? Genau, haben wir uns beide so gedacht, äh, okay. Aber es hat mich von Anfang an, ich weiß, also ich mag den Zeichenstil jetzt nicht so sehr, aber zu dem Anime passt es halt irgendwie, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so ganz der typische Anime-Stil, finde ich. Richtig, ich glaube, wie du auch schon sagtest, der würde wahrscheinlich auch nicht so gut passen. Ähm, der Zeichenstil sieht auch deutlich westlicher geprägt aus. Ja, auch die ganzen Gesichter und so weiter sind, finde ich, oder generell die Charaktergestaltung ist schon deutlich westlicher, aber muss es ja irgendwie auch so ein bisschen sein. Ja, natürlich. Weil es ja um westliche Charaktere geht. Na gut, jetzt die ASEAN sind eher östlich, aber du weißt, was ich meine. Ja, genau. Ist jetzt, ähm, also die Japaner sahen ja auch wie Japaner aus, sage ich mal. Ähm, aber ich denke mal, vielleicht ist das tatsächlich auch einfach nur so die Connection, dass die Autorin quasi gesagt hat, hey, ich gucke mal, wie es jetzt hier mit der Badekultur aussieht und die Ursprünge waren vielleicht damals oder Parallelen gab es schon damals in Rom oder im Römischen Reich, wie auch immer. Aber ich finde es auf jeden Fall total nett und was mich direkt abgeholt hat, war im ersten, in der ersten Folge schon direkt so das Intro, der Soundtrack so des Intros, das fand ich irgendwie gut. Ist auf jeden Fall sehr stimmig, äh, ne, mit dem, äh, japanischen Opernsänger. Ja, ich, ich kann's mir aber doch wirklich vorstellen, wie da so ein alter Japaner steht und das ins Mikro brüllt. Also es hat schon was sehr Deftiges irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich persönlich, ähm, muss zu meinem Eindruck von den ersten drei, ähm, Folgen sagen, was ich super spannend finde, ist eigentlich immer dieses kleine Extra am Ende, ne, wo man die Zeichnerin, ähm, dann so ein bisschen durch Japan begleitet und einfach mal so einen Einblick in diese, äh, Bade- beziehungsweise Onsen-Kultur, äh, reinschauen kann, ne. Als erstes halt diese, diese Geschichte, ähm, wie sie das heiße Wasser, äh, doch temperaturerträglich bekommen mit diesen Holzpaddeln, ähm, dann, äh, wie, wie das, äh, dann halt aussieht mit den Onsen, diese Ursprungsquellen in der zweiten Folge, ne, und jetzt hier in der dritten Folge, das fand ich doch schon ein bisschen komisch mit diesen Onsen-Eiern, ne, die, die so halb, gar schwabbelig, boah, sind. Aber scheinbar, äh, eine richtige Delikatesse in Japan, aber ich glaube, wie wir gerade gesagt haben, ähm, beziehungsweise wie die Zeichnerin dann sagte, ja, die hat eine ganz bestimmte Konsistenz, da habe ich ja dann drauf gesagt, ja, die Konsistenz möchte bestimmt nicht jeder haben. Ja, und die, die findet man nur dort oder so, oder bei dieser, bei dieser Herstellungsart. Ganz genau. Ja, das, das hat einen Grund, dass das keiner kopiert. Richtig. Ja, das, das, diesen alten Glibbersack will halt einfach keiner sich ins Maul schieben, ne, keine Ahnung, also mein Fall ist es nicht, aber wie sagt man so schön, andere Länder, andere Sitten. Ich finde das aber auch schön, dieses, dieses kleine Making-of ist es ja fast schon am Ende, ne, es geht ja im Prinzip ein bisschen darum, wie sie zu den Ideen gekommen ist, beziehungsweise sie, sie schaut sich das alles mal so vor Ort im Prinzip an und es gibt ja da noch immer so ein kurzes Element, wo sie so eine Szene oder, oder irgendwas mit Referenz zum Anime selbst zeichnet, nochmal kurz. Ähm, das, das, das mag ich irgendwie total gerne und das hat was. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist, das ist für mich so ein kleines Highlight noch nach der Folge, ne, also. Ja, also ich war überrascht. Der Anime selber ist ja sowohl informativ als auch, ähm, ja, ein bisschen humoristisch gestaltet, ne, also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt sagen würde, so ein Action-Kracher, ne, es strotzt nicht, äh, vor, äh, Action-Highlights oder sowas, aber es ist, man, es ist, so ein bisschen feel-good, würde ich sagen, ne, also das, das ist, ähm, so ein bisschen wholesome, das ist, das, das bringt dir irgendwas, weil ich, ich kriege da immer so so ein leichtes Lächeln, wenn ich das gesehen habe, beziehungsweise nachdem, äh, nachdem ich so eine Folge immer geguckt habe, ne, mit diesem Highlight am Ende mit der Zeichnerin, ich, 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 es fühlt sich cool an, ne, ich, ich hab wie, so ein bisschen mehr von Japan gelernt, ich bin ja generell sehr Japanophil und, ähm, von daher, für mich ist es genau das Richtige, ich werde mir auch definitiv die restlichen Folgen noch zu Gemüte führen. Einfach nur für das Ende. Genau, ne, einfach fürs Ende, ne, ähm, und einfach so ein bisschen mehr über die japanische Kultur einfach kennenzulernen, ne, weil das jetzt mal eine ganz andere Facette ist, so weg von Samurais oder, äh, was weiß ich, dem, dem Hanami, äh, 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 Fest oder sowas, ne, was man ja halt, äh, recht verbreitet kennt. Vielleicht auch einfach so eine Seite, die man jetzt so als Ausländer vielleicht auch einfach gar nicht so kennt oder wahrnimmt. Ich wusste zwar, dass, dass das auch so eine gewisse Badekultur gibt, aber dass das da noch so der Shit ist, ähm, das war mir tatsächlich nicht bewusst und ich muss sagen, auch wenn die Folgen relativ kurz sind, weil, also diese, diese Thermentour, wie es hier heißt am Ende mit der Autorin, die sind ja immer so drei bis fünf Minuten ungefähr, so grob überschlagen. Ähm, also kommst du so auf eine knappe Folgenlänge an sich von so ungefähr 18 Minuten, wenn du Intro, Outro noch wegziehst, boah, jetzt ploppt hier grad irgendwas auf, das hat man, glaube ich, auch gehört, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gehört. Ja gut, ähm, dann hab ich nix gesagt. Ähm, und, und ich, ich weiß auch nicht, also mir gefällt das echt gut und ich sehe das ähnlich wie du, das alleine reizt mich schon rauszufinden, was sie sich da noch so alles angucken und ich muss sagen, jetzt so nach den drei Folgen hab ich irgendwie richtig Bock bekommen, so ein japanisches Badehaus mal zu besuchen, das sieht irgendwie echt sehr entspannend aus. Ja, ich weiß nicht, also es ist wirklich gut aus, so eine heiße Quelle. Das ist ein Badehaus selber, aber so ein Onsen, ne, also diese heiße Quelle, genau, ne, also da würde ich auch gerne meine Eier drin kochen lassen. Was? Okay, aber, aber wie schon erwähnt, Christian, diese Glibbersäcke will niemand. Genau. So, kommen wir von Christians Glibbersäcken zu anderen Dingen. Oh Mann. Ich hab ja schon gesagt, dass, dass der Soundtrack, ähm, speziell so im Intro recht interessant auf mich wirkt. Und es hat ja auch was sehr Humoristisches mit den Bildern, die parallel gezeigt werden, so stilistische, stilistische Zeichnungen, so rund um, rund um den Thermenbetrieb, sag ich mal im weitesten Sinne, ähm, die dann so ein bisschen witzig gemacht sind, ähm, fand ich ganz nett. Und generell, wie gesagt, so diese, hab ich ja eingangs schon kurz erwähnt, so diese Zeitreise eines Römers in ein modernes japanisches, ja, in ein modernes japanisches Badehaus. Und im Prinzip ja so, um, um Ideen zu klauen für seine Bauwerke im alten Rom, so. Dieses Konzept, also, wie kommt man da drauf? Also, ich find's super kreativ irgendwie, obwohl das Setting an sich so simpel ist. Das ist ja jetzt nichts Hochkomplexes, aber da musst du halt erstmal drauf kommen. Ja. Also, find ich total gut. Und ich finde, also, ich hab gar nicht so unfassbar viel heute dazu zu sagen. Ich muss einfach sagen, das ist, und das geht so ein bisschen einher mit dem, was du gerade gesagt hast, ich finde, das ist ein Anime, den kann man wirklich empfehlen, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen was anderes gucken möchte. Aber jetzt nicht unbedingt eine tiefgründige Story haben will oder irgendwelche langen Story-Args, die sich da noch über Folgen und Staffeln und was weiß ich nicht was ziehen, sondern einfach so was relativ kurzes, knackiges, was man mal, also ich find, das ist eine gute Länge, um das mal eben so beim Essen zu schauen. Wenn man, wenn man jemand ist, der beim Essen gerne mal was guckt, ist das von der Folgenlänge eigentlich relativ entspannt. Und dabei kann man gemütlich so sein Abendessen oder Mittagessen essen und hat einfach so ein, ja, etwas Beruhigendes, was man auch mehr oder weniger nebenbei laufen lassen kann. Die Bilder sind tatsächlich oft gar nicht so wichtig. Also, man kann das theoretisch vielleicht sogar einfach hören und kriegt mit, was los ist. So komplex ist das Ganze ja nicht, was da abgeht. Und, ja, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall gut. Am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil in der ersten Folge ganz am Anfang der Lucius ja noch jung ist, ein kleiner Junge. Dann gibt's ja so einen kleinen Zeitsprung. Und was mich da so ein bisschen rausgeholt hat, war die deutsche Synchro von den Kindern. Die fand ich ganz komisch irgendwie. Da haben sie aber wahrscheinlich auch nicht so viel Energie rein investiert. Also, die Stimmen waren okay, aber irgendwie hat das für mich nicht zu den gezeichneten Charakteren gepasst. Also, das hat irgendwie nicht Klick gemacht. Ja, ja. Aber ich glaube, da haben sie auch einmal nicht so viel rein investiert, weil das ja dann relativ schnell erledigt war. Ich wollte auch sagen, genau, das war ja nur die erste Folge. Einfach so ein bisschen die sogenannte Origin-Story erzählt. Und, ja, das war's dann auch schon. Ja, aber grundsätzlich, Moment, Langeweile kickt rein. Oh, scheiß Mein-Kast, Alter, wer macht sowas? Nein. Boah, ich bin mal wieder saumüde von der Arbeit. Das ist echt furchtbar. Nee, es ist, also ich find's wirklich interessant und muss sagen, dass die, dass das eine schöne, schöne Alternative ist zu dem, ja, Kram, den ich sonst so auf meiner Watchlist im Moment habe. Also, da hab ich im Moment gerade auf Netflix viele Filme und Serien, die da im Moment aber auch echt versauern, weil das alles so Sachen sind, die ich wirklich aktiv und sehr aufmerksam gucken will. Ja. Und da kam mir das jetzt gerade gerecht und das ist so ein Ding, das werde ich jetzt, glaube ich, die nächsten Tage, wenn mal nervige Tage sind, einfach mal abends so ein bisschen zum Runterkommen mir weiterhin anschauen. Auf jeden Fall. Also, ich denke, ich werde das vielleicht sogar jetzt schon kommenden Sonntag einfach alles durchbingen. Ja, das kannst du ja halten wie ein Dachdecker. Ja. Hast du in den ersten drei Folgen Lieblingsszenen? Ich hab mir zwei Sachen aufgeschrieben, die mich sehr zum Schmunzeln gebracht haben, was mir sehr gut gefallen hat. Ja, jetzt hier in der dritten Folge, das mit dem alten Pärchen, die ihm dann die Onzen-Eier und den Sake anbieten, fand ich großartig gemacht. Aber ich finde es auch generell einfach, dieses Verhalten der Japaner auf diesen großen römischen Adonis, der da ankommt und halt diese Missverständnisse durch die Sprachbarriere, die da auftreten, finde ich generell sehr gut gemacht. Ja, das ist richtig. Also, ich fand auch, ich glaube, in der zweiten Folge war es die Stelle, wo er im japanischen Badehaus dann auch da vor die Tür geht und feststellt, so, huch, hier sieht es ja ganz anders aus, was ist hier mit dem römischen Reich passiert? Und dann da so lautstark und wild gestikulierend seinen Latein so vom Stapel lässt und ja, la, 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 la. Und die gucken ihn nur so an, ähm, alles klar, Diggi? Was redet der da? Einfach so denken, der ist so ein bisschen Lala im Kopf. Ja, fand ich sehr, sehr schön und diese Szene mit den Flaschen, wo ihm im japanischen Badehaus in der Neuzeit quasi so eine Flasche angeboten worden ist. Ach, mit dieser Erdbeermilch. Genau, mit so einem Deckel, der er dann so voll den Kick bekommen hat aus dieser Fruchtmilch, aus diesem Fruchtgetränk, wie er es genannt hat und das macht er ja quasi bei sich danach im alten Rom. oder versucht es zu reproduzieren und kommt ja nicht so ganz auf die Idee, wie das mit diesem Deckel funktioniert. Ich fand die Szene so schön, wo er nochmal so in sich gegangen ist und so einen inneren Monolog und ich muss rausfinden, wie das ging. Dann hat er das so und so gemacht und dann hat er es plopp gemacht. Genau. Und dann hat er sich so gefreut und hat noch so irgendwie ein, zwei Sätze oder so gesagt und dann gingen die Gedanken so wirklich und dann sagt er plopp, 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 plopp. Und das war irgendwie schammernd. Das mochte ich. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn die Folgen ähnlich weitergehen, wie sie bis jetzt sind, wovon mal auszugehen ist, die ersten drei Folgen fand ich, waren sehr ähnlich vom Inhalt, vom Witz und von allem drumherum fand ich. Und ich gehe mal davon aus, dass die restlichen, was sind das jetzt noch, acht Folgen? Warte mal. Elf minus drei? Naja, hör mir auf, ey. Komm mir nicht sowas mit sowas am Ende der Woche. Ey, das kannst du vergessen. Mathe Markus ist heute weg. Der Mathe Markus war nie da. Ach so. Ja, früher während der Ausbildung war einer meiner Lieblingssprüche tatsächlich, Mathe, in dieses Land reise ich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Da hatte ich tatsächlich früher mal eine Studi-VZ-Gruppe gegründet, die so hieß. Ja, das gute alte Studi-VZ. Ach Gott, lang ist es her. Ja. Hattest du mal eine MySpace-Seite? Selber nicht, nein. Okay. Ja, also keine Ahnung. Ich finde es gut. Und wie gesagt, so als Alternative zum üblichen Einheitsbrei im positivsten aller Sinne gemeint. Ist ja gar nichts verkehrtes dran. Ich gucke auch gerne Dragon Ball, Death Note und Sonstiges. Aber es ist einfach mal was anderes. Und wer sowas sucht, dem würde ich das wirklich uneingeschränkt empfehlen können. Denn es ist natürlich jetzt, sage ich mal, story-technisch, ja, kommt halt so ein bisschen drauf an, was man erwartet. Wenn man aber so ein bisschen entspannt einfach rein snacken will, guckt's euch an. Eine Folge geht rund 20 Minuten ohne das Making-of am Ende. Aber auch das würde ich euch empfehlen, zumindest mal einmal anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Da habt ihr weniger als eine halbe Stunde im Zweifelsfall verbrannt von eurer Lebenszeit. Guckt's beim Essen, guckt's beim Kacken auf dem Handy. Keine Ahnung. Lässt sich alles machen, ist jetzt keine Herr-der-Ringe-Trilogie, die man deutlich irgendwo in seinem Tagesablauf einplanen muss, um das fertig zu kriegen. Also von daher meine Empfehlung, Daumen nach oben, schaut's euch an und schreibt uns natürlich gerne eure Meinung über mindcast-podcast.de slash feedback oder über sämtliche Social-Media-Seiten, die ihr ebenfalls auf dieser Seite findet. Genau. Und dann bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt tatsächlich, ob von euch da draußen vielleicht einige das schon gesehen haben. Kann ja auch sein. Ich behaupte einfach mal, dass es bei vielen unterm Radar fliegt oder vielleicht noch gar nicht auf dem Radar ist. Ja. Möchtest du noch was ergänzen, lieber Christian? Nö, ich würde auch tatsächlich genau das Gleiche sagen, wie du jetzt gerade angeführt hast. Für mich ist es auch ein sehr entspannter Anime, der mal eine ganz andere Thematik beleuchtet. Allerdings, wer jetzt irgendwie nach Action sucht oder so, ist da natürlich komplett falsch. Aber es ist einfach eine schöne, leichte Kost, die man sich nebenbei reinziehen kann. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie die erste Staffel endet. Also jetzt nicht Spannung, ich kann es kaum aushalten. Also ich bin halt gespannt, ob das eher so offen ist, weil es vielleicht noch weitergeführt werden könnte. Oder ob es einfach so ein in sich abgeschlossenes, schönes, relativ kurzes Ding ist. Und wenn ja, wie das Ganze endet. Ich habe jetzt extra vermieden, mir Folgentitel anzugucken, weil die ja leider oft sehr Spoilerino sind. Ja, auf jeden Fall. Deswegen versuche ich das da, wo es geht, immer zu vermeiden. Aber elf Folgen, schauen wir mal. Acht kommen noch. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, haut da rein. Lasst es euch gut gehen. Setzt euch auch mal in eine heiße Badewanne. Vielleicht guckt ihr auch da Terme, Rome, Nove an. Und wenn nicht, schreibt uns vielleicht auch einfach, wo ihr es geschaut habt. Es sei denn beim Kacken, dann schreibt es nicht, weil das ist eklig. Das will ich mal hören. Ciao, ciao. Tschüss. ENDE ENDE AWE The Mindcast is here to save your day. Games, movies and more. For geeks and nerds. Your favorite podcast ever. The Mindstalker is on his way. The Mindcast is here to save the day The Mindstalker is on his way Talking about things the Mindcast way The Mindcast way